Drei... Hallo YouTube! Und Tyrox! Tyrox! Tyrox, das ist... Du bist Melvins Geliebte, was sagst du dazu? Das trifft es ganz gut, glaube ich! Oh Gott! Oh nein! Und was hast du noch gesagt mit den letzten 5 Minuten oder 20 Minuten? Bist du jetzt enttäuscht von Melvin? Melvin! Melvin, ich glaube, dein Freund tut es einfach weg! Was? Melvin, soll ich dir das auch mal auf WhatsApp schicken? Ja! Deine Geliebte! Das letzte Mal, dass ich jemanden so schreien gehört habe! Das war mit dem fliegenden Holländer! Ja! Oh Mann! Oh Mann! Also Melvin, deine Geliebte hat mir dieses Video geschickt! Damit, äh... Ich weiß, woran wir bei dir sind! Okay, warte! Oh Mann! Boah, Junge, da muss grad was raus! Oh Gott! Ja, was denn? Wohin denn jetzt? Ich komm da immer noch nicht drauf, klar. Maven, ich bin absolut enttäuscht von dir, weißt du. Warte, Maven, es gibt Leute, die stehen ja so auf so... Penisse! Ich eben nicht, nein! Aber, dass du so einer bist, naja, das hab ich nicht gedacht. Tyrox, du denkst doch nicht ernst, aller Ernstes von mir. Doch. Ja. Dann hab ich dich komplett anders eingestellt. Eingestellt? Ah, okay. Tyrox, wie viel verdienst du, ne? Boah, Junge, Alter, ich glaub das waren so ungefähr 13 Cent pro Jahr. Pro Quote. Was? 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 Ne, nicht die Quote. Ne, nicht die Quote. Das ist ja die Quote. Es gibt keine Quote. Es gibt keine Quote. Es gibt keine Quote. Wie viel Quoten haben wir? Frauenquote, ist sie da? Schade. Nicht vorhanden. Goldene Papp? Ne. Frisch aus der Pappi. Das Video ist ja nicht. Ey, Darko, ernsthaft, such dir jemand einen lang. Da kriegen wir einen da rum. Oh, hier seid ihr. Ah, egal. Ey, ich kann noch nicht mal richtig was. Ah, egal. Ey, Melvin! Tausender Ping ist da! Tausender Ping, tausender Ping. Hu, hu. Tausender Ping-Crew. Ne Toilette mitten im Raum? Was kann das wohl bedeuten? Ähm, ich hab links hier ne Telefonzellen. Leute, ich glaub ich komm heute nicht mehr richtig aus der Zone Russ. Also, ich kann Kisten und sowas jetzt öffnen, ja. Sag mal, wo bist du eigentlich? Haha. Ich steck, ich steck fest. Also, ich steck jetzt wirklich fest. Ähm, okay. Ne, ich komm nicht mehr Russ. Waaah! Ich komm nicht mehr Russ. Musik in dem Raum. Boah, ich bin hier auch. Kann ich nicht, sonst stecks noch mehr. Wie, I didn't want him? Ich hab ne goldene Pump. Also Leute, mir macht das nichts mehr aus. Ich bin vergleicht. Ich hab ne goldene Pump, no? Ich bin vergleicht. Ich bin vergleicht. Warte. So, Mel, ich fehlt. Was denn? Ich komm. Du kommst? Ich bin vergleicht. Erscheinen recht. Ähm, eigentlich kannst du den Iris-Scan nochmal hier anwenden. Äh, ich bin gar nicht mehr bei dir. Du bist bei mir. Oh. Äh. Komm mal her, bitte. Hier ist nämlich noch so ne Kisse mit Iris. Äh, ich bin nicht mehr verkleidet, weil ich abgeschossen wurde. Da musst du, äh, dich hier verkleiden gehen. Da kommt ein Boot. Ich höre. Wow, hier ist der Boss. Genockt. Down. Ich komme, Leute. Wuhuu. Ah, falsche Ausricht. Wuh. Geht's dir gut? Ja, ja. Keine Sorge. Ich wär, ich wär grad, fack ab, direkt gleich. Also, fast so. Also, so. Ah, na, dumm. Ah! Hier ist der Boss. Der ist der Boss. Wuhuu. Eigentlich wäre dieser Iris-Scan denn. Wow, was ist das? Ich hab Brutus gemacht. Was macht ihr? Ich hab mir den Weg freige, äh, Dings. Freigebombt. Oh, ah, ich seh's. Ich glaub der Scanner bringt nicht mehr viel. Das geht nicht. Ja. Könnt ihr mal... Achso, hier ist noch eine. Mit einer anderen noch. Wo kann man sich denn hier verkleiden? Ein Ding. Weiß ich gar nicht. Äh, bei der E-Telefonzelle, die dort da war. Mit der Knopf. Also, ich hab drei goldene Waffen. Ich bin happy. Goldene Salben, goldene Minigun, goldene Pump. Hat jemand noch einen Biggie, der in mir gerade geklaut hat? Ja, ich bräuchte vielleicht auch mal einen Biggie. Aber hier ist ein, okay. Wo ist das ein Ding. Okay. Happy 1. Häng ich ein влиp? Nee. Düster Geheimnis Edition aktuellisiert. Okay. Ähm... Joa. Was will ich mehr? Ich bin happy. Ich hab gar nichts und ich bin verstört von Maven. Oh! Da hinten, pass auf, da läuft einer. Schnauze. Ne, das ist seine Geliebte. Die Freundin, die Freundin war das erste Bild. Ui. Okay. Ey! Warte mal, wat? Ja! Wer steht halt auf so was? Weißt du, ihr verwirrt mich absolut, Junge. Ey, das hab ich da hängt. Also. Also, Tyrox, pass auf. Melvins Geliebte war das Video. Das Bild war Melvins Freundin. Boah, Melvin, du tust mir echt leid, ne? Ey, das ist ja echt laut. Guck mal, wo ich bin, Tyrox. Alter, das ist ja echt laut. Ja. Schön, dass ein Ramon das auch mitkriegt. Ja. Oh. Äh, Tyrox, da hinten ist ein Slurpee Truck. Lass mal dahin gehen. Du brauchst noch leben. Oh. Kickbruch leben. Du bist Melvin, mach deinen Job. Warte. Aber ich will vorher noch die Kiste hier drin eröffnen. Ja. Ach, der Slurpee Truck da hinten? Oder so? Ja, der bei mir zur Linken ist. Ja. Es ist aber zu, es ist... Es ist Zeit, um zu fliegen zu fliegen. Fliegen zu fliegen. Fliegen zu fliegen. Wo ist der? Hä? Oh Leute, da sind welche! Leute. Die haben den Truck kaputt gemacht. Ah! Nee. Blöd ist gelockt. Wir haben gleich verrecken sie, ne? Ah! Stumpet. Wo ist Darko? Äh, warte mal. Ja, ich hab mich ein bisschen zurückgelassen. Tyros, willst du den Dieter haben? Ich komm mit der taktischen besser klar. Oh, da sind Toiletten. Wollen wir in das schwarze Loch gehen? Ja, richtig ein Upseil. Let's go! Du stehst doch auf sowas! Leute, ich brauch Hilfe! Ich hab nämlich nix zu bauen. Gar nix. Gar nix. Der eine ist tot. Da kommen noch welche. Braucht du wirklich Hilfe? Daco, komm her. Daco, komm mit. Der ist gleich mal auf. Er ist tot. Weg, 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 weg. Maven, nicht, nicht. Ich brauch Moni. Einfach weg gehen, bitte. Ich hab nämlich gar nix. Hinten beim Boot. Alter, hier ist immer noch einer. Der hat nen Hit. Der hat nen Hit. Was ist denn das für ein Juli? Hat uns jetzt noch einer. Alter, warum sind die noch welche, Junge? Von hinten. Der ist tot. Der hat bunt. Der ist tot, der hat kugnet mal am Montag. Warte mal. Was ist das? Ben geht doch alles dämmen. Alter. Ich hab nix. 4 Killz hintereinander gemacht, innerhalb von 10 Sekunden. Was sind das für Leute? Thanksgiving. Entschuldigung Da hab ich den Lex schon wieder Mann, Katze Melvin außerdem fand NULL Muni auf über 400 Muni. Sag mal, war hier nicht eigentlich was? Das war mal. Stimmt, hier war mal was. Das war mal. Das war dieses Bootcamp. Ja. Also dieses Camp, wo deine Eltern dich immer hinstecken, wenn sie dich hassen. Achso. Thailand? Deutschland? Thailand kann was sagen. Na, au. Wer ist mein Fuß? Nee. Wer jault, gerade wegen seinem Fuß so rum? Ich. Melvin, falls du es bist, dann hast du das von deiner Katze. Nein. Das bin ich nicht, Darko! Was ist an Teil... Oh, Biggie, 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 Biggie. Warum sind wir hier nicht so genügend Tarrops? Nein. Fischi. Klo. Ja, bitte Tyrox. Klo. Hey du Arsch. Oh du Scheiße. Der letzte muss runterspülen. Der letzte muss runterspülen. Ja. Hat er sogar. Ich weiß schon wie diese Folge heißen wird ey. Kruppenscheißen. Achtung. Bei uns. Aua. Hat 70 HP runter. So der hat das Schild weg. Wer dahinten schildet. Der dahinten ist auch knocked. Ah der Tyrox Maschine. Einer hat kein Schild mehr. Ich muss noch Schild aufladen. Ich hab 34 HP und 50 Schild. Heiko nichts zu schaffen. Deswegen tut mir leid. Der ist gleich down. Nice. Ich brauch das im Mad Kit. Sorry. Ja nimm ruhig. Alter. Das sind 3 Mad Kits. Drei Mad Kits alter. Darko willst du auch gleich Mad Kit? Ich ahm ja ich nehm A1. Boah ich hab hier so richtig chillig. Komm zu mir. Ich hab schon. Ich mach gerade. Achso. Achso. Ich glaub wir sollten aber in die. Oh ganz nebenbei. Ja wir haben noch 30 Sekunden. Ich guck grad ob hinten irgendwie bei jemandem kommt. Ey Leute das könnte halt wirklich was werden. Ne 16 Spieler. Fuck wir haben verloren. Ach Tyrox. Sie ist positiv. Wir schicken Melvin vor und gewinnen. It's time to get Groovy. Nein. Letzte Unachten. We time to. Moin. Warum jetzt Melvin? Jetzt ist Tyrox der Leid. Leute ich will den Berg zu. Fuck. Ich will den Berg mit dem Booh. Booh. Also jetzt ne Sniper für die Stadt wäre. Nice. Ja es sind zwei im Haus. Raus da unten. Da das kann auch dieser. Hier hinten bei mir ist auch einer. Die heilen sich grad mit Heilbarzucker. Dann gehen wir erstmal da hin. Denn die können wir von der Zone abfassen. Ja ich seh sie. Ja. Hier drüben auf dem Berg. Drei Mann. Hat einen Hit. Einer hat noch einen Hit. Fuck. Bang bang tick tick tick. Geh auf die Banane. Einer hat einen Jump Pad genommen. Oh Gott ich bin weg. Einen Jump Pad hab ich zu laut auch noch eins. Weil die Zone kommt bei euch ne. Mh. Könntet eins vertragen. Ich hab sogar zwei. Alter der Baum. Ja Tyrox. Da unten wird gebaut. Tyrox nein. Du benutzt das Jump Pad gleich ja. Und ich komm einfach nach. Okay. Komm. Da. Tyrox. Oh da gehts in die Zone. Bei mir wird richtig hart geschossen. Von vorne. Von hinten. Von oben. Von unten. Von der Seite. Mavic kennt das ja. Hey. Moin. Moin. Wo seid ihr? Lasst ihr mich hier unten im Stich? Was? Warum bist du da unten? Ich bin mit dem Jump Pad hier runter gekommen. Wir sind wieder da hinten. Hier rein. Und die Flüssigkeit. Die kommen glaube. Nee. Komm nicht in die Richtung. Da unten ist sie. Alter Alter. Would've. O'oq. Scheiße. Dooh chaps. Jump. Vor Ballert. Weil ich hab gleich keine Munni mehr. Das bringt auf Entfernung nichts. Muss ich im Nahkampf machen. ihr könnt mir ruhig helfen kommen hier unten also ja ja pass auf ich habe keine muni mehr hat jemand sturm muni ne ich hab auch keine die einer kommt wo kommt noch eine zone kommt ich war die ganze zeit auf den end der mich jetzt genockt hat gut der kriegt meine waffen nicht ich krabbe weiter weg davon ok der hat gut geht ich habe keine muni mehr ich bin von dem kevin jt kevin tube getötet worden wow ich habe nur noch zehn schuss für sturm ich habe drei schuss wenn ihr mal da abgeblieben werde ich immer wir verstehen dich nicht da deswegen die karl ist tot von oben von oben ja er hat doch gerade gesagt das ist meine einzige chance die ich jetzt habe der ist down fuck ich bin down du schaffst es baller drauf baller drauf über dir daco da man man wer hat kein schüttner aber hey wir wären wir waren dritter den einen erledigt du noch ist down 1 1 1 gott alter Okay, wir werden sogar Zweiter, wenn alles gut geht. Die anderen bauen unten in diesem kleinen Häuschen dort. Evil Ernie. Evil Ernie. Darko, dort, neben dir rechts, äh, links, neben dir in der Hütte. Da wird gebaut, da sind sie auf jeden Fall drin. Einfach rein, einfach rein. Aber auf gut Glück. Das sind die letzten zwei. Zwei. Links, links, links. Komm! Der kommt von oben. Und zwei. Evil Ernie. Egal. Fast, dick, 856. Eieieiei. Erst wird zur Lobby zurück. Und zwei. Die Nummer. Keinminist. Und maintes. null teeth.